Hallo zusammen, Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest auf dem Gefängnistach anzunehmen bei Hobman vor der Rigg in Gylnia Stadt. An dieser Stelle im Gebäude drin. Ich zeige euch gleich auch den Eingang von außen. Vorquest war auf alte Differenzen. Die Quest ist auch automatisch angenommen bei mir. Hier, Gebäudeeingang mit Map. Und dann müssen wir aufs Gefängnistach. Na gut. Mal schauen wohin genau. Laufen nach oben und nach oben und nach nach oben. Okay. Hier müssen wir uns durchkämpfen. Das sieht sehr gut aus bisher. Aha. Da haben wir ihn. Quest ist abzugeben bei Lord Tavius Quaulay in Gylnia Stadt. An dieser Stelle oben auf der Mauer. Ich hoffe, ihr habt meinen Weg verfolgt. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen, diese Quest abzuschließen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet, und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.